Hallo? Breaking News! Der Schiffmann, der soll seine Approbation verlieren. Lars? Bist du das? Hallo? Lars? Lars? Lars Wienand, Märchenland. Ob Tagesschau, ob Tagesthemen, sie lassen es sich niemals nehmen. Immer kräftig drauf zu hauen und die Spaltung aufzubauen. Geimpften, die sind schuld, wir sind am Ende mit der Geduld. Ein Sündenbock, der muss jetzt her, so schnell wie möglich, bitte sehr. Nicht nur das Fernsehen schreibt das raus und erhntet dafür noch Applaus. Im Netz, da gibt es einen Mann, der geht mit schlechtem Beispiel auf voran. T-Online, das ist sein Revier, hier schreibt er Lars, das wissen wir. Er dreht gern Steine recherchiert, doch oft schon hat er sich geirrt. La 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 la, hau Fake News raus, Marsch Marsch. Doch deine Lügen sind enttarnt, oh Lars, du bist im Arsch. Oh, 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 la 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 la, du bist der Fake News-Past. Hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, oh Lars, du bist im Arsch. Was er sich dort zusammenschreibt, das geht so manches Mal zu weit. Man mag es nicht zu Ende lesen, er ist bestimmt geimpft oder genesen. Der Lars, der tippt gern Fake News-Shit, marschiert mit im Faschisten-Schritt. Doch was er schreibt, wie jeder weiß, ist immer nur derselbe Scheiß. Und alle Schwurbler und Querdenker, Aluhutträger und Tassenverschenker, die gehen ihm schon lange gegen den Strich. Doch lieber Lars, wir glauben an dich. So langsam solltest du wirklich erwachen, deine Tweets, die sind nur noch zum Lachen. Mach endlich deinen Job, das wäre echt klasse. Dann schenkt dir der Bodo vielleicht auch ne Tasse. La 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 la, hau Fake News raus, marschmarsch. Doch deine Lügen sind enttarnt, oh Lars, du bist im Arsch. Oh, oh, oh. La 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 la, hau Fake News-Past. Hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, oh Lars, du bist im Arsch. Er schreibt sich L wie Lappe-Tutel, A wie A-Sozial-Gehudel. L wie Rücksichtslos-Wei-Depp, du-de-ba-da-depp, du-de-ba-da-depp, du-de-ba-da-depp. Den Nachnamen zu buchstabieren, würde uns hier nur verwirren. Denn er steht ja, wie ihr wisst, für Fake News-Propaganda-Mist. Fake News-Propaganda-Mist. La 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 la, hau Fake News raus, marschmarsch. Doch deine Lügen sind enttarnt, oh Lars, du bist im Arsch. Oh, oh, oh. La 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 la, hau Fake News-Past. Du bist der Fake News-Past. Hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, oh Lars, du bist im Arsch. Oh, oh, oh. La 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 la, hau Fake News-Past. Du bist der Fake News-Past. Hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, oh Lars, du bist im Arsch. Aber warum denn? Lars, du bist im Arsch. Wieso? Lars, du bist im... Wegen der Fake News. Ach so. Im Arsch. Untertitelung des ZDF, 2020